Ey, für mich haben die nicht mal so applaudiert. Okay, alles klar, merke ich mir. Rap and True, euer Kordai heute mit Döner. Leute, falls ihr glaubt, ich erzähle mir nur Geschichten. Guck mal, wir sind hier wirklich gerade beim Dönerladen. Die essen gerade alle. Oh, sehr überzeugend, zwei haben geklatscht. Dankeschön. Ja, der Rest ist noch am Essen, ihr seht es. Also, wir essen gerade den Döner. Ich mache diese Videos gerne, damit ihr mir glaubt, dass ich nicht mehr erzähle, sondern wenn ich sage, ihr habt eine Wette gewonnen, die sollten auf ein Wort 110 Reime finden. Dann gibt es die Einladung auch. Ich habe die noch nie so still erlebt. Guck, die sind hier alle gerade schön am Essen. Es kann immer noch kein Döner essen. Wir sind ein paar. Der Mann, der da ... Ey, könnt ihr ganz kurz zu dem Mann da, man sieht ihn kaum. Könnt ihr einmal für ihn applaudieren, er steht die ganze Zeit vor uns da und schwitzt. Hey, mein Mann! Bravo! Eben Mann! Ey, für mich haben die nicht mehr so applaudiert. Okay, alles klar, merke ich mir. Ja, jetzt habt ihr es gesehen. Also, freut euch, wenn ihr Sechsplässler seid und wir haben ein schönes Abschlussprojekt. Dann wird es auch bei euch eine Wette geben. Aber sonst nicht. Es ist sozusagen unser letztes Happening, was wir zusammen haben. Danach sehe ich sie nicht mehr. Heute ist die Musik raus. Video rausgekommen, genau heute Tadel ohne Grund. Und deswegen dieses Video. Haut rein, euer Correll Rappi schon. Ein auf dem Chat, wenn ihr besuchtet… Mancha uns auf ein Sprecher K tusen? Entschuldigung?